Ein fest eingespielter Ablauf und moderne Transportmöglichkeiten sind heute eine Grundvoraussetzung für die Logistik der Flösergemeinschaft. Mit 23 Flussen, die jeden Samstag 5,5 Kilometer die Ville Rothach hinabfahren, ist man heute in der Lage, bei jeder Veranstaltung 500 Flussgäste an den einzigartigen Spaß teilhaben zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020